Hallo und herzlich willkommen zu Meshit. Ich bin der Mayfush, ich bin zusammen mit dem SJ, dem Mogi und dem Kornel. Bei Meshit. Jetzt wird ge-Meshit. Genau. Bei Meshit. Ist ja schon auffallen, dass Meshit ein bisschen klingt wie Shit. Meshit. Verdammt! Das können wir uns nicht wieder tun. Meshit. Du hast alles kaputt gemacht. Ja, dankeschön. Das Format, wo es mehr Shit gibt. Ich hab mein Shit gibt. Aua. Mogi, du hast jetzt unser Format kaputt gemacht, ne? Echt? Dankeschön. Oh, die Bibliothek mag den Hintergrund gerade. Oh Shit. Richtig gut, ey. Ja, wir spielen Speedrunners, ne? Also, ja. Hi. Überraschend. Steht im Titel. Ich möchte nur einmal noch mal kurz hier mein krasses... Alter, was die Indie-Szene einfach geil ist. Ich möchte das einfach mal sagen. Ja, der Kornel, der ist ein richtiger Fan von so'n Spielen. Indie-Spielen. Ich bin momentan verliebt, Alter. Es gibt einfach... Ich weiß gar nicht, wer an das hier überhaupt Indie-Spiel ist. Oh Shit. Ja, gut. Kornel, keine Ahnung. Weißt du, der ist geistig-spiel-net, der darf sagen, dass er... Du da nicht zur Sache. Ja, aber Kornel ist geistig-spiel-net, der darf sagen, dass er... Was er will ist. Mein Kornel ist immer böse, wenn er sowas sagt. Er weiß es ja nicht besser. Oh Shit. Oh Gott, was mach ich denn? Oh mein Gott. Ich bin übrigens raus, Leute. Deswegen wird das Bild ja immer länger, wenn einer raus ist. Das Bild wird immer kleiner und der Bischof ist dann immer von dem, der vorne liegt. Ich möchte kurz was anmerken. Ich wollte gerade mein Item rausframmen, habe es zum Glück nicht gemacht. Man hält die Items. Richtig, richtig. Oh, was mach ich denn? Hat ein bisschen was von Mario gehabt mit den Items und sowas. Tschüss, du Trottel. Verdammt. Tschüss, du Trottel. Ja, und was ich sagen wollte... Oh Gott. Was ich sagen wollte, beim guten Kornel und beim guten Mogi gibt es auch ein paar. Hast du das schon gesagt, du Trottel? Hab ich schon gesagt? Nein. Das kann es aber am Ende des Pfades sein. Das sage ich am Ende nochmal. Aber wir sind jetzt auch ein paar, Leute. Hey, das kann man nicht oft genug sagen, dass es das ist, um euch nicht. Ich weiß, dass Speedrunners aber ernsthaft... Was hab ich denn? Danke. Tschüss. Ich dachte, ich hab die Rakete. Rote Rakete, rote Rakete. Hat jemand von euch mal rote Rakete gespielt? Ja, gestern Abend erst. Mit dem Maeve zusammen. Was? Danke, dass du alles aufmachst, Alter. Das klingt illegal sexy, was ihr da macht. Ja, das war richtig geil erotisch. Das ist unsere Besprechung gewesen. Unsere Kanalbesprechung. Das klingt ziemlich spannend. Ja. Machschitz, Alter. Das ist der Machschitz, Alter. Das ist der Machschitz, Alter. Genau. Ja, der hat mich halt angeguckt mit seinen geilen Schmolllippen, weißt du? Oder den konkreten Schmolllippen. Fuck! Weißt du, worum es geht vorne? Nein. Ich auch nicht. Sei froh. Es ist noch schlimmer, als du denkst. Aber die geilen Schmolllippen. Ja, jetzt stell dir vor, die sind... Na, lass mir das. Was? Der Korle weint schon. Der schnippt gerade. Warte ganz kurz. Auf mich hat hier auch keiner gewartet. Nein! Alter, ich kann... Nein! Oh Gott, was machst du denn? Nein! Oh Gott, was machst du denn? Oh mein Gott, ist doch nicht so dick. Der ist auf die Stachel geflogen, der. Nee, mach die Map ja nicht. Oh Gott. Der Korle, Alter. Der ist zum Sterben. Der träumt gerade von den Schmolllippen. Der träumt mich auch, Alter. Aber wer tut das nicht? Wie, du hast geboren? Einen Ace, oder was? Was denn da los? Die Map war kacke. Genau, die Map ist Schulz. Oh, Silo, guck mal, da gibt's so Kettensegen. Ja, Silo auf jeden Fall. Alter, Mewboy des Grüßens. Ich glaub, hier unten sind die schweren Maps. Das würde Sinn ergeben, ne? Möglich. Das mag's den, Alter. Wow! Oh, snap! Alter, man kann hier sterben. Alter, man kann hier sterben. Alter, da kommt Super Meat Boy hier durch. Nein! Nein! Super Meat Boy, genau. Du bist doch abgeguckt. Äh, soll ich spielen. Äh, wo müssen wir denn hin? Scheiße! Das ist voll von Kingdom Rush geklaut. Nein! Ich bin da lang. Ich will euch das nicht empfehlen, weil das ist von Kingdom Rush geklaut. Oh nein, ich spring genau rein. Du hast ja schon wieder den Move. Go, go, go! Hä? Okay. Guck mal! Boah! Oh, shit! Alter! Was für Kätzchen! Ja, ich bin flink wie ein Kätzchen. Miau! Scheiße Blumen! Scheiße Blumen! Scheiße Blumen! Falscher Weg! Wow! Alter! What? Oh mein Gott! Was war das hier für ein Sonic 2 Shit? Come on! Du beginnst das nicht. Yes! 1A-Gesetzer strengst du vorhin. Uah! Was machst du SJ? Gute Idee! Hey, es gab genau eine Runde. Ja. Ui! Du musst dich jetzt besser anstellen. Boah! Danke! War mein Problem SJ vorhin. Ach Scheiße! Oh shit, jetzt muss ich mich... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Geh nach links, geh links lang! Oh, scheiße. Ah, ich hätte mich fest... Egal, es war zu spät. Ich hätte mich festkrallen sollen wie ein Kätzchen. Alter! Mein Bart juck! Nein! Dein Bart juck! Ja, schon. Du bist doch glatt rasiert wie ein kleines RB. Alter! Auf glatt rasiert dreimt sich zart! Auf jeden Fall! Du bist ein richtiges Wörtergenie. Kennst du das nicht? Oh, wie lang geht's? Das geht so. Das geht eigentlich so. Hart. Wörtertragendes hart. Wörtertragendes hart. Wörtertragendes hart. Wörtertragendes hart. Nicht zart. Hart dreimt sich auf glatt rasiert. Oh mein Gott. Aus welchem... Du bist glatt rasiert, Cornel. Das ist ein Poetry-Slam. Richtig gut. Müsst ihr mal suchen. Patrick Salm. Rostbraun, Kupfer, Bronze, Rot oder so. Rostbraun, Kupfer, Rot. Alles klar. Das ist ein Poetry-Slam überm Bart. Und das ist so lustig, so gut. Richtig ist... Ja, richtig gut, Cornel. Erstmal hier aufgespießt werden. Ich wollte das Item für die nächste Runde schafen. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen. Im Poetry-Slam überm Bart habe ich schon mal gesehen. Also nicht, dass sie so komisch ist, über mich denkt oder so. Aber habe ich schon mal tatsächlich gesehen. Ja, das ist richtig geil. Ich bin falsch mitgelaufen. Wahrscheinlich habe ich das mal gepostet oder so. Ja, das kann sein. Ich glaube auch. Malfi ist ja ein großer Fan von dir. Der bekommt alles mit, was du postest. Ja, der hat mich vorhin gefragt. Der ist sowieso so ein Stalker, weißt du. Malfi hat mich vorhin gefragt, ob wir zu immer Freunde bleiben. Das war ein sehr intimer Moment. Oh shit. Ich habe keine Freunde, ich muss fabrisieren. Oh Gott. Alter, Cornel. Der war nicht schlecht. Der Skid ist am lebendig sein, ne? Der Skid ist am lebendig sein. Da hat der Cornel mal gesagt, dich werde ich nie followen. Auf Twitter. Und vor einem Monat ist er mir gefollowt. Oh, ein Traum ist wahr geworden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich dachte hier. Der weiß, was er will und der bekommt, was er will. Was mache ich denn hier unten? Wahrscheinlich habe ich zu viel von dir gehalten. Oh nein, die Kreisjäger. Aufgrund dieser Emotionalität. Oh nein, komm schon. Ja, locker, easy. Den Sieg hier weggesnaggelt. Fick dich, du Wichser. Weggesnaggelt. Oh Gott. Oh nein, der ist sicher. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber man merkt schon die schwereren Stages. Die hat er auch nicht gespielt. Der ist wohl die Abkürzung genommen. Richtig meshet. Meshit. Dafür kann ich den Move hier. Du auch. Ich vertausche momentan immer, das ist dann vielleicht. Was war das denn jetzt für ein Start? Ihr seid doch alle scheiße. Ich vertausche dieses Hintenlegen mit dem Haken, das ist ein bisschen scheiße. Ja, ich hasse es sowieso, wenn immer irgendwas auf Y gelegt ist in so einem Spiel. In dem Spiel? Ja, ich weiß nicht, was da auf Y ist. Ah, ich glaube, ich kiff schon wieder jemand. Oh mein Gott. Das war ein bisschen random gerade. Aber gut, dass du uns davon erzählst. Ja, in dem Haus riecht es manchmal im Treffengebäude. Das ist nicht so ein Student. Es wurden ja nicht viele Studenten. Nee, 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 nee. Ich kann halt in mein Fenster laufen. Nein! Dankeschön. Nein! Tschüss, der Trattner. Was ich jetzt sage, könnte gegen mich verwendet werden. So, nicht Kornel. Alle anderen nur nicht Kornel. Das ist eine Rakete. Aua. Oh, zu früh. Scheiße. Ach komm, der Moggy, weißt du. Yes! What? Nein! Das ist doch scheiße, Mog. Der ist doch drin. Der ist doch drin. Der ist doch drin. Mach die Pose. Mach die Pose. Mach die Pose. Ich geh dabei, Kornel. Tschüss. Wir sehen uns. Warum könnt ihr mich bewegen? Ich konnte mich nicht bewegen. Egal. Oh, das war der süßeste Sieg von allen. Wie so ein Vogel im Käfig. Kann sein, dass es hier keinen Turbo gibt. Ja. Doch. Aber da guckt man nur schwer hin. Achso. Ja, den Weg nimmt keiner von uns. Weil wir zu scheiße sind. Zumindest manche von uns. Ach komm schon. Nein! Perfekt gelangt. Nein! Perfekt gelangt. Nein, ich habe mich mit meiner Rakete abgeschossen. Coco! Coco! Naeve. Verpiss dich, Coco. Naeve, es würde mir viel bedeuten, wenn du jetzt gewinnst. Okay. Das war eine solide Leistung, man. Wie blöd hier kann ich nicht mal? Oh mein Gott. Ich mach zufällig. Wir hatten ein Kraftwerk noch nicht. Soll ich ja mach zufällig? Ich kann nichts machen. Ich habe die Allee gewählt. Ja, mach mal jetzt zufällig. Eine tolle Karte für Anfänger. Alter, mein Zeigefinger. Oh die alle. Nachtlo. Die haben ja gerade. Oh ne, die ist ein bisschen Party bei Mesh. Mesh, shit! Sof sie gefällt mir. Oh, was? Gefällt mir sogar richtig gut. Ey! Boah, Alter. So die Scheiße mit dem Fässern. Ach ich bin ein Buckel. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's schon mal am falschen geguckt. Maid von uns benutzen deinen komischen äh, genau. Ja, ich... Ach, ich hab mich schon mal richtig verspuckt. Scheiße, wo bin ich denn gelaufen? Oh mein Gott, ich hab grad vollkommen woanders hingekutzt. Ups. Guck mal, man merkt schon, der Skill von uns ist der... Boah, sind das Items? Oder sind das Disco-Kugeln? Sind Disco-Scheiben. Aber der Skill von uns ist ja... Disco-Scheiben? Ja, so... Let's Disco. Let's Disco. Nein! Ich hab doch mein Item eingesetzt. Benutzen, ey! Benutzen's! 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 Na, jetzt! Fickt euch, ey! Du weißt schon, dass du auch mit dem Ding auch schon hochkommst? Was? Mit welchem Ding komme ich denn schon hoch? Mit dem... Weißt du mal welchem Ding? Mit dem roten Rakete-Ding? Mit dem roten Rakete-Ding? S-J, komm mal her! Ja, sicher! Ja, sicher! Hat auch mir weitergeholfen. Cool! Cooler Boy, ey! Ja! Richtig cool! So! Boah, guck mal, ob ich die durchflitze, ja? Richtig ganz kitzchen! Richtig flitze, alter! Ja, gar nicht, klar! Nicht mal die Socken hat da mehr an! Wenn der S-J aber schlitz, dann flitzt der richtig! Ach, komm schon! Was war das für Lache, alter? Oh, der längst von da hätten wir hingehen müssen! Hätten! Da brauche ich das für das Kordel gar nicht hüpft! Tschüss! Hä, wie? Ich hüpfe nicht! Ach, scheiße! Mir sieht's so aus, du wirst einfach nur so rumschwebt! Ich bin halt ein geiler Hirsch! Oh! Ne, ich merk schon, da galt's sicher schon einen! Oh, scheiße! Stellt euch mal vor, so ein Hirsch mit Gendefekt geworden, dass er nicht so ein Geweih kriegt, sondern nur ein Hörsch! Das gibt's doch nicht von mir! Ich dachte, du meinst, dass ein Penis auf seiner Stirn wächst! Weiß ich liebe Taffer für das Ganze! Dann stell's dir mal vor, wenn ihm keine, wenn ihm kein Geweih wächst, sondern Penis! Man darf das nicht so, nicht so offensiv formulieren! Warum nicht? Das geht gar nicht hoch! Das geht gar nicht hoch! Ist Penis offensiv? Ja, sehr offensiv! Ich hab mich selber getroffen! Angela Merkel ist auch offensiv! Oh, Mann, ey! Aber egal! Mock, ja gewinnen! Ja, sicher! Sehr gut, Mock! Mocky! Mocky gewinnt mir langsam nie zu oft! Ihr habt alle drei, ja, ich guck! Alter, mein Zeigefinger ist nicht so weh! Sei stark! Oh, Mann! Au! Scheiße! Mann, ich lande immer auf einer Kiste da! Ja, das spiegelt dein ganzes Leben wieder! Ich lande immer auf einer Kiste! Immer noch, immer noch eine Kiste auf dem Balkon! Ich hätte auch keine Kiste! Ich hätte auch keine Kiste! Da müsste ich mal da längst entlang gehen! Ach, scheiße! Da muss ich den Haken nutzen! Tschüss, ihr Trottel! Ich bin weg! Was? Ja, ich hatte auch nen Hook! Oh, nein! Ja! Oh, nein! Ja! Oh, nein! Oh, nein, ja! Oh, ja! Das war grad richtig homo-i-rot! Ihr wartet uns wohl erst mal kurz, ja? Also, wie lange mal reingefroren ist einfach! Ja, das muss ja auch stark sein, wenn man da drei Sekunden auflädt und... Komm schon! Aua! Ich nehm dieses Item! Ja! Nein! Ihr Schweine! Ich seh nichts! Oh mein Gott, nein! Einfach mal random den Haken benutzen! Nein! Und jetzt den Haken nutzen! Schieß! Fuck! Ich wollte zu viel! Suicide! Ich hätt's auch gemacht! Oh! Ah, scheiße! Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt! Scheiße! Mach's gut, Kätzchen! Wartet! Naja, fucking SJ! Niemand verwirrt dich vermissen! Mano! Vermisst ihr SJ? Oh! Richtig guter Strahlen, der! Nee, ich auch nicht! Oh Gott! Oh, die trifft, die trifft! Und was? Ja, für wen hältst du mich denn? Oh, was? Der ist aber gar nicht so weit nach hinten geworfen! Oh, komm schon! Ja, hallo! Gewinnt mal jetzt einer! Ich will meinen dritten Punkt kriegen! Sei mal nicht frech hier! Ja! Ach, jeder weiß doch, dass es darauf hinausläuft! Jeder weiß, dass du jetzt den Mund hältst! Ja! Den Mund! Ist nicht TTT! Ich darf reden, wenn ich tot bin! Du solltest es aber nicht! Fuck! Nein! Ey! Nein! Du musst halt deinen Leech-Leech-Hack erstmal überprüfen halten! Ich krieg dich gar nicht! Ich krieg dich gar nicht! Ich krieg dich gar nicht! Nein! Du hast doch nicht auch gewonnen! Was? Ich hab wieder vom den Siegel! Oh Mann! Was? Dankeschön! Oh mein Gott, ist das Spiel gut, ey! Hui! Ja! Leute, keine Kauf-Empfehlung! Das ist überhaupt nicht! Das ist ein Flappy Bird-Klon! Das ist ein Flappy Bird-Klon! Flappy Bird-Klon! Oh! Wow! Was? So, eingefroren! Guck mal! Alter, hat man jetzt nicht gesliden! Hat jemand bei mir gesehen? Es hat mich gar nicht aufgehalten! Oh Scheiße! Oh Mann! Äh, der Maeve! Der Maeve darf gewinnen! Ah, Moment! SGD verloren, ist mir egal! Fuck! Ach Mann! So, jetzt höre ich meinen dritten Punkt, dann ist alles gut! Hat eigentlich immer Flappy Bird gespielt von euch? Ja, war voll scheiße! Echt? Ja! Ich hab's, glaub ich, 10 Minuten gespielt und hab's deinstalliert! Ich hab's voll verpasst! Als ich davon gehört habe, war's schon wieder weg! Ich hab so'n Flappy Bird-Klon gespielt! Ja, aber darf ja keine Klone spielen halt, ne? Das ist ja dann sowieso noch schlechter! Warum mach ich euch noch voll geschleudert? Hm, weil du nütter Typ bist! Dankeschön! Geschleudert? Wie gestern Abend, ja? Mhm! Ja, ich hab da richtig abgeschleudert! Richtig abgeschleudert! Mhm! So! Guck mal! Bin schon fast im Ziel! Scheiße! Oh shit! Verpiss dich! Maeve, du brauchst jetzt ein gutes Item, okay? Okay! Wir haben beide zwei Punkte, Marcus! Er ist auch schon zwei! Einer von uns gewinnt jetzt! Ah, das wird nicht sein! Mir wär's ja lieber, wenn Maeve gewinnt! Der ist mein liebster Mash! Das kann ich sein! Mir nicht, weil er ist ein Noob! Miau! Eine Runde! Ja! Eine können wir noch machen! Yes! Lagerhaus! Lagerhaus! Ich hab zufällig genommen! Oh Gott! Schwingen ist schneller als Laufen! Ja! Ach ne! Hatten wir Lagerhaus schonmal? Ich glaube nicht! Ich glaube auch nicht! Oh Gott, ne! Hatten wir den Balkon schonmal? Ja, ne? Ich hätte gern einen Balkon! Komm zu mir, Moggy! Können wir grillen! Ich hab ein traumatisches Erlebnis mit einem Balkon! Ja, davon haben wir gehört! Jedes Mal, wenn ich den Balkon sehe, weißt du, roll ich mich zusammen wie so ein Fötus! Und dann... Oh Scheiße! Genau! Und sie in den Quark! Ja sicher! Ja sicher! Nein! Ich hab auch kein Item gehabt! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich doch selber! Fick dich doch! Was machst du denn? Was ist los mit euch, Alter? Was? Da wird eine kleine Pause eingehen! Nein! Wieso ist der hier so umso schwer? Ja sicher! Alter, guck mal wie das eine heute abgeht! Ne? Moggy! Komm mal halblang! Ich bin hier geblieben! Jetzt zwei! Du machst mal halblang! Mach mal halblang, Moggy! Nein! Was mach ich denn? Alter, alle vier sind nach dritten! Was ist denn hier los? Alter! Krasse Runde! Wolle ich wohin? Oh nein! Nein! Ich glaub das kennst du macht den Abgang! Alter, ich weiß gar nicht wohin! Ist auch nicht! Aua! Oh, ich darf! Ich kann mir sowas nicht erlauben! Oh! Alter, ich kann mir sowas nicht erlauben! Oh! Alter! Sind immer noch alle drin? Ja! Was ist denn hier los? Kann man einer bitte jetzt sich opfern? Oh nein! Pfff! Dankeschön, du hast mir Buß gegeben! Dankeschön! Wirklich erst schön! Na auf mit! Und tschüss! Tschüss der Trossel! Tschüss der Trossel! Oh nee! Tschüssi! Tschüssi! Go, 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 go! Oh nein! Miau! Miau! Bitte nicht, Mock! Ich weiß, den werde ich auch nutzen! Ja, nutz ihn mal! Ich nutz ihn weise! Ich mag die Map hier! Alter, ich sehe mich! Ich werde jetzt mal sehen! Ich werde jetzt mal sehen! Ich werde jetzt mal sehen! Ey! Mock, wo meine ich das nicht mit... Nein! Nein! Warte! Warte doch für mich! Warte, 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 warte! Hilfe, Mäu! Hilfe, Mäu! 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 Oh mein Gott! Komm schon, Mock, das schaffst du! Kraft er nicht! Kraft er nicht! Oh nein! Ich habe den Druck für ihn! Nein, Mocki! Oh! Nein! Nein! Was passiert hier gerade? Entschuldigung! Oh Scheiße! Oh Mann! Oh nein! Ich habe den Hack in die falsche Richtung gemacht! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was war das denn? Alter, komm mal, was machst du da? Jo! Was war das denn gerade? Oh Scheiße! Das hat sich überhaupt nicht gelohnt! Oh komm, 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 komm! Oh, ich lebe! Boah, gerade! Boah! Jo, genau! Ihr werdet! War die gute Sache, oder? Könnt ihr sich gestackt? Nein! Das war seine Bombe! Von Mocki! Aua! Shit, was? Wuh! Wenn ich noch einen Wunden wieder habe, dann bitte töte es! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso denn auf mich? Ja, weil du... Weil das hier sonst vorbei ist! Guck mal, was ich mache! Oh mein Gott! Was ist denn da? Voll der Glitch-Typ! Richtiger Glitch! Voll der Glitch-User, SJS disqualifiziert! Shit! SJS muss 5 Sekunden stehen bleiben! Ja! Auszeit! Wartet aber auf mich! Niemand war da auf mich! Zwei neue Zeitsprachen! Nein! Wartet auf mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, er ist tot! Lauf, Mave! Warum konnte der sonst nicht aufstehen? Auuutsch! Alter, Mave! Oh mein Gott! Ey! Wie schnell kann man eigentlich sein als Schmune! Ja, genau! Guck! Alter, der Mave! Haken! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Runter! 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 Escher weiß gleich, wo er sich hinhaken muss! Ich hab mich einfach hier hin! Nee, ich hab mich hier hin! Alter, ich seh nichts mehr! Oh mein Gott! Bitte, Mave! Alter! Ich seh nichts mehr! Nein! Alter! Oh Gott, ich hasse diese Stelle hier! Oh, Mave, du bist raus! Oh, Mave, du bist raus! Scheißdreck! Ja, Alter! Zwei Spiele, drei Siege, Alter! Ja! Vielen Dank fürs Zuschauen! Schaut doch bei den anderen rein! Ich hab's dir schon dreimal gesagt! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!